Also Video-Unterricht mit Tablet, iPad oder Android, da gibt es zwei Möglichkeiten. Leider nicht direkt, also ein bisschen seltsam. Erster Umweg, den erkläre ich zuerst, PC und der zweite Umweg über den Chat. Bei dem PC meldet man sich zuerst hier an, startet hier die Videokonferenz und nimmt dann mit dem Tablet teil und dann ist man drin und dann kann man das machen. Also jetzt bin ich im PC unter Allgemein, also unter meinem Teams und starte die Besprechung hier. Und was ich nicht vergessen darf, denn der Ton, also bei Windows ist glaube ich hier Ton aus. Also bei mir, bei meinem Linux ist es da oben, weil sonst pfeift es, wenn zwei Geräte gleichzeitig in der gleichen Videobesprechung sind. Da ist die Videobesprechung, teilnehmen. Ich lasse den Rechner laufen, gern. Also am Tablet ist der Unterricht und hier sehe ich dann, wenn ich da draufklick, da sehe ich die Teilnehmername, eins, zwei, drei. Hier kann auch so ein Chat nebenbei laufen. Also am Rechner die Namen und am Tablet der Unterricht. So und jetzt bin ich am Tablet. Also hier unter Allgemein bei meinem Teams, also das ist Teams und Allgemein, da sollte jetzt das starten. Das schaut dann, da gibt es hier so ein Symbol und hier die Möglichkeit teilzunehmen, irgendwo draufklicken und da nehme ich teil. Jawohl, sage okay, Teams möchte teilnehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Da gab es einen Bug und das hat geklappt. Das war okay und das weiß ich nicht. Kann man auch probieren. Und natürlich durchstellen, teilnehmen und Mikrofon, das war erst ausgeschaltet, das muss man einschalten. Das wichtigste ist das Teilen-Symbol, Bildschirm teilen. Da fragt er dann nochmal wirklich teilen. Ja, übertragen, starten und dann funktioniert es. Dann kann ich raus aus Teams und in irgendeine Notiz-App mit meinem Stift arbeiten, Unterricht machen. Bei Android eigentlich das Gleiche. Ich bin wieder in Teams und dem Test-Team allgemein und hier teilnehmen. Und da hatte ich manchmal den Bug, also ich muss da draufklicken, um dann dieses Symbol zu haben. Hier ist es, ja, teilen. Da hatte ich ein paar Mal das Problem, dass ich hier nicht das Symbol hatte, Bildschirm teilen. Also jetzt ist es da, ja. Und jetzt ist es nicht da. Ich glaube, rausgehen und die PIN-Nummer eingeben und zeigen, dass man wirklich der Besitzer von dem Tablet ist. Das könnte der Punkt sein. Wenn das Tablet weiß, der richtige Mensch ist angemeldet, erlaubt das Tablet auch den Bildschirm zu teilen. Ist meine Theorie. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woran es liegt. Umweg über den Chat, da brauche ich keinen PC. Ich kann es nur mit dem iPad machen und das große Problem ist maximal 20 Teilnehmer. Wenn man damit zufrieden ist, kann man es auch so machen. Man muss, also Teams funktioniert so, da gibt es die Teams. Hier sind wir Teams und Chat. Also Teamgruppen, Chatgruppen. Und man muss, um das so zu machen, erst eine Chatgruppe neu anlegen. Also man schaltet auf Chat. Da bin ich. Und dieses Symbol, also neue Chatgruppe machen und dann hier die Namen. Also man kann hier schon 30 Schülernamen eingeben. Aber eben nur 20 können gleichzeitig dann teilnehmen. Und wenn man da oben hinklickt, hat man noch die Eigenschaft der Chatgruppe. Ich würde nämlich den Namen, ja, Klasse 10c, damit ich mich nachher auskenne. Also ich gründe neben dem Team 10c auch noch die Chatgruppe 10c. Und wenn ich die habe, dann habe ich hier das Symbol Video und kann dann den Gruppenunterricht, kann da anrufen, Gruppenanruf starten, passt, ja. Er will beim ersten Mal noch die Einstellungen, dann muss man das Mikro einschalten. Und dann läuft es, dann bin ich da und natürlich auf Teilen. Android genau das gleiche, Bildschirm teilen, es läuft. Und dann bin ich in irgendeiner Notiz-App und kann meinen Unterricht machen. Ja, genau. Also wenn ich WLAN habe, sonst geht es nicht.